Die Sternwarte in Cala Alto wird zur internationalen Vorzeigegröße bei der Suche nach Planeten außerhalb des Solarsystems. Das liegt vor allem an dem Spektrografen Carmenes, der in deutsch-spanischer Zusammenarbeit entstand, eingesetzt in ein dreieinhalb Meter großes Teleskop. Das ist erfüllt, wenn die Planeten in der sogenannten lebenswerten Zone liegen, was bedeutet, dass sie weder zu nahe noch zu weit von jenen Sternen entfernt liegen, um die sie kreisen. Ihnen entgehen weder sichtbare noch sich im Infrarotbereich befindende Objekte. Mit Infrarot sieht man Sterne des Typs M, die die niedrigsten Temperaturen vorweisen und im Universum am meisten vertreten sind. Das wird der Schlüssel auf ihrer Suche nach dem Planeten sein. Das Andalusische Institut für Astrophysik führt das Projekt in Zusammenarbeit mit Deutschland durch. Andalusische Technologie an der Spitze der internationalen Astronomie, die versucht, eine alte Frage zu beantworten. Gibt es ein Leben außerhalb der Erde? Gerhardt Untertitelung des ZDF, 2020